Seid ihr bereit, die besondersten und aufregendsten Momente zu sehen, die die Geschichte des Sports geprägt haben? Hier sind die beeindruckendsten Sportmomente, die ihr sehen müsst. 1. Wir beginnen unser Video mit einem Fußballspiel, in dem wir über die Momente sprechen, die im Sport beobachtet werden müssen. Hier befindet sich ein behinderter Torhüter. Und der Torhüter wird in seinem Tor fast zu einem Riesen, ungeachtet seiner Behinderung. 2. Die unverzichtbaren Ballsammelkinder von Tennisspielen sind immer zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle. In dem Spiel, das du nun sehen wirst, hat der Ballsammlerjunge dank seiner starken Reflexe den Ball sofort gefangen. 3. Ein weiterer der sportlichen Momente, den du sehen musst, gehört zum Baseballspiel. Der Baseballspieler lief an der flachen Wand entlang, um den Ball zu fangen. 4. Wir setzen unser Video mit dem American Footballspiel fort. Der Footballspieler hat seine beiden Gegner entschärft, die schnell auf ihn zugekommen sind. 5. Machen wir unsere Route zu einem Eishockeyspiel. Du siehst genau das, was du sehen musst. Aber hast du schon einmal einen ähnlichen Moment bei einem Eishockeyspiel gesehen? 6. Im Rugbyspiel schlug der Athlet den Ball vom Ende des Spielfelds. Und der Ball landete überraschenderweise im Mülleimer am Spielfeldrand. Alle Fans, die diesen Moment miterleben durften, gratulierten den Athleten mit Applaus. 7. In einem Fußballspiel in der Amateurliga wurde ein Tor der Generika erzielt. Der Spieler, der den Ball direkt von dem Mittelfeld aus geschossen hat, erzielte dieses herrliche Tor. 8. Als nächstes siehst du einen Moment aus einem der Badminton-Spiele. Sehen wir uns diesen seltsamen Moment nochmal genauer an. 9. Baseballspiele bieten von Zeit zu Zeit interessante Shows. Das Filmmaterial, das du jetzt sehen wirst, ist genau eine dieser Vorfälle. Jemanden, von dem wir glauben, dass er zu den afrikanischen Stämmen gehört, hat einen sehr beeindruckenden Schuss abgegeben. 10. Das Filmmaterial, das du jetzt sehen wirst, enthält eine der schönsten Aufnahmen und Zahlen in der Geschichte des Tennis. Lass uns diese wunderschöne Nummer noch einmal aus einem anderen Blickwinkel betrachten. 11. Vielleicht hast du einen solchen Korb noch nie gesehen. Der Basketballspieler versuchte den Ball vom Spielfeld fernzuhalten und brachte seiner Mannschaft drei Punkte ein. Hier ist diese interessante Basketballauseinandersetzung. 12. Du wirst wieder einen erstaunlichen Korb sehen. Der junge Basketballspieler schlug den Ball so, dass der Ball in den Korb gelangte. 13. Wir sehen uns weiterhin die interessanten Körbe an, die in der Geschichte des Basketballs geworfen wurden. Dieser Basketballspieler schaffte es, alle zu überraschen. 14. Jetzt kannst du dir dieses interessante Foto ansehen. Die springende Athletin wurde auf diese Weise vor dem Sprung in den Kameras aufgenommen. Glaubt ihr, dass die Athletin, die sich voll auf ihren Sprung konzentriert hat, einen erfolgreichen Sprung geschafft hat? 15. Bis zum nächsten Mal.